Zweites Lernvideo, Hey Mann Bolka, ich spüre euch nochmal den Abschluss vom ersten Teil, erstes Lernvideo, dann, der vierte Finger, der wartet schon, Oktave im Drucken, Bebos, los geht's, kleiner Kreuzgriff, wieder den Kreuzgriff hier runtergekommen und jetzt gehen wir in die Mittellage, jetzt in der Mittellage ist immer der Kreuzgriff 2,5, wieder der kleine Kreuzgriff, Druckung Mittellage Kreuzgriff hier wieder Dann machen wir wieder Wieder die Oktave im Drucken, dann haben wir viel, viel weniger Bewegung drinnen. Gutes Gelingen!